also ihr wollt jetzt ihr wollt jetzt dass wir uns frauen klären überzeugt nicht warum sollten uns jetzt frauen klären warum nicht berechtigte gegenfrage schamina kannst du es hat anmachen mit ich brauche jetzt professionelle ratschläge von uns haben wir gehen rein wir testen einfach mal auf spontan warum nicht der kann er kann er kann ja funktionieren so also freunde ihr wisst schreibe ich nicht so an da ist die junge dame ich klatsch den link in den chat es geht los rein das neue album von taylor swift by the way die österreicherin schreibt rein willst du mein kätzchen sein willst du mein kätzchen seid schnell tobi danke für den folgen ihr müsst jetzt rein folgen es ist ihr wollt es ich habe euch gefragt so da sind wir im chat zwei leute bis jetzt es folgen und entfolgen die leute warte so los willst du mein kätzchen sein dann sind wir so jetzt schreibt ihr rein oder kriege ich das nicht mit du siehst weich aus heute läuft nicht mehr geredet wenn die ganzen zuschauer schreibe ich nicht so hallo überfordert überfordert ich bin euer kätzchen ja das bin ich wir sind drin hat mich wer geredet leute wer hat mich geredet warum kommen die zuschauer entspannt euch schreibt rein was ist hier passiert auf einmal warte hat mich wer geredet schreibt rein wir haben einen katzenbaum für dich was ist mit mir digger woher kommen die ganzen leute schreibt rein schöne die moderatoren hilfe 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 was ist passiert auf einmal schönes tattoo schreibt rein schönes tattoo schreibt rein schönes tattoo schreibt rein ich kann nichts mehr sagen danke für die ganzen folgen jetzt schreibt rein jetzt schreibt rein was passiert hier warum habe ich 500 zuschauer passt wir kommen von wir kommen von inskop schreibt rein inskop schreibt rein inskop scheiß drauf ich klär jetzt inskop dem geht es auch gerade nicht gut der braucht auch frauen also erst jetzt noch mal die chance mir auf mit auf den weg zu geben was du dir wünscht und was für dich ausschlusskriterien sind ich denke an meine inskop ja was ist mit inskop wo ist inskop ich bin ein fan von ihm ja es war klar warum kann so eine frau nicht ein fan von mir sein digger okay danke inskop da muss ich auch einfach mein t-shirt ausziehen und solche Bilder machen wie er oder nicht gut jetzt schreibt ihr rein bist du single ich kläre inskop ich kläre jetzt ein trick wenn du das siehst ich tue es für dich bruder er will mich klären ich will kurz reden mit ihm okay schreibt rein inskop hat einen bruder schnell call me wo ist er inskop hat einen bruder und der bruder bin nämlich ich digger und wir machen wir fehlen das jetzt alles ein entspannt euch inskop 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 hat einen bruder liess 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 er ist sehr lustig ja ich mag ihn ist es er war mein content für meine ersten streams auf alle fälle wer findet denn nico lustig wie kann man denn nico lustig finden jetzt schreibt sie rein sein bruder ist sogar hübscher als er ok leute what the hell oh gott ich kann ihn nichts mehr sehen sein bruder ist sogar hübscher ich streamste zweieinhalb wochen leute mashallah please be kind please be kind liest du den chat überhaupt noch oh gott die arme denkt wirklich dass sie grad von inskop gerail wird ich kann nichts lesen ich lese gar nichts ok wie kannst du das nicht lesen ich schreibe alle das gleiche ich schreibe alle das gleiche Follower bitte danke an inskop warte was sein bruder ist hübscher als inskop wer ist sein bruder keine ahnung wo ist er schnett schraub dir rein warum bin ich da sein bruder heißt moji wo ist er squador schnett ich seh es ich bin selbst wie immer inskop dankeschön danke inskop ich bin heute einfach nur online gegangen um das camp zu testen ich hab kein content was wetten wir was wetten wir dass sie mich nicht kennt tausender dass sie mich nicht kennt immer so danke für die ganzen neuen followers jetzt so viele leute ich rede sehr gerne mit dem chat also bitte schreibt moji rein die soll jetzt moji lesen let's stay together okay that's insane dieser chat was es war so klar dass er mich kennt wer ist moji wer ist moji was ist moji es war so klar digga mann was passiert schreibt rein er will mit dir reden wer will mit mir reden inskop 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 oh my god oh my god ist fett so hart moji ist es jetzt inskop oder sein bruder wer ist verantwortlich für schreibt rein schreibt rein moji moji will mit dir reden schreibt moji will mit dir reden ich mach das moji will mit mir reden wo ist moji jetzt mach dir schreibt moji schreibt moji schreibt moji dann seht ihr sie ja gar nicht das macht ja gar keinen sinn ich lass es einfach so danke wiesel danke wiesel dass du da bist wiesel der emoji auf twitch nix mit inskop warum haben so viele leute geschrieben wegen inskop oh gott sie ist enttäuscht sie wollte inskop haben und nicht mich dann merke ich auch einfach mal wieder dass ich einfach noch hässlich bin ich weiß dass du seit tag 1 da warst das weiß ich dann merke ich auch einfach wieder dass ich hässlich bin wer hat was gesagt hä seit ihr raus 300 was hat er gesagt er ist auch live oder ist er nicht er schaut den stream zu i see you ich schreibe ihm rein hallo nein du musst mit mir reden also ich muss subscriben hallo hallo du musst nicht reins haben alles gut 10 minuten follower du nein oh gott hallo kannst du mich hören ich ich also wenn moji sein subscribers only chat ausmacht dann schreibe ich ihm aber und dann mag ich auch meinen 10 minuten follower chat aus kannst du mich sehen und hören schreib schreib mir auf instagram ich liebe dich fokussier jetzt kamera lass mich nicht im stich hallo warte was was sagt er jetzt hallo ich bin der großenkel von inscope hallo wie geht's wie steht's ähm 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 äh ich hab keinen disco kann ich mir nicht hier reden discord ist mir ein bisschen zu privat achso okay ich will deine privatsphäre nicht stören äh schon schon in ordnung wer bist du ich bin die nicoletta ich stream seit zwei wochen okay ich bin mogi du siehst echt nett aus schöne zähne danke dir schöne zähne äh ja ähm also mein ich hab ihm Mühe gegeben nur leider klingt bei mir alles dreifach und vierfach in meinem stream das ist in ordnung alles gut du machst alles richtig du machst es sehr gut nein ich mach gar nichts richtig ich rede eigentlich sehr gern mit meinem chat aber du hast ihn gespammt das äh tut mir leid das wollte ich nicht ich ähm er ist nicht schwul was auch wenn er schwul ist dass das braucht also ich mein das ist ja keine ist ja kein Problem wer welcher zinker ähm ne richtig ich bin nicht schwul ich äh ich hab übermorgen Geburtstag willst du zu meiner Geburtstagsparty kommen mein Stich ich bin nicht schwul ich äh Ioni ich hab übermorgen Geburtstag willst du zu meiner Geburtstagsparty kommen wo wohnst du denn in München wo wohnst du oh das ist gar nicht so weit weg von mir in Wien ich hol dich ab äh doch nicht kannst du hast du ein Auto kannst du zu mir fahren also ich äh womit ich könnte dich abholen mit Lil Jimmy ich kann ich kann schon Auto fahren aber Chad weiß ich bin der schlechteste Autofahrer auf der Welt also ich könnte auch mein mein Enkel inskop anrufen der könnte dich auch abholen rein theoretisch also war das jetzt ein ja oder nein dass du zu meiner Geburtstagsparty kommst das ist dein Enkel wie alt bist du denn äh ich meinte Cousin ich kann schon fahren ich kann nur nicht garantieren dass ich lebendig ankomme also also abholen braucht mich niemand so ich bin du bist eine sehr gute Frau ich mag dich sehr gerne damit habe ich jetzt nicht gerechnet das überwältigt mich grad ein bisschen ich habe nicht so viele Freunde weißt du warum hast du eigentlich eine Maske auf ich bin hässlich du bist doch nicht hässlich niemand ist hässlich es gibt keine hässlichen Menschen findest du mich hübsch ich seh dich nicht das war ein gutes Argument ähm ja also ich guck mal ich will dich gar nicht belästigen oder aufhalten von deinem Stream es tut mir auch ein bisschen leid dass wir euch so über überfallen haben aber deine Maske ist cool ich mag Masken ich mag Masken auch oh nein ich hab zu danken ich stream erst seit zwei Wochen ich mach das aus Leidenschaft also du bist einfach ne gute wie gesagt ich bin sehr dankbar dafür du bist einfach ich hab mich ein bisschen verliebt in ich sag ich dir jetzt ganz offen und ehrlich ich bin direkter Mensch ich hab ich glaub ich hab Gefühle also ne doch nicht ich mag ähm können wir nicht einfach über oh Gott äh wir machen das jetzt so also wenn du willst können wir einfach über Insta ein bisschen schreiben kennenlernen und vielleicht kommt sie auf meine Geburtstagsparty wenn wir uns verstehen aha bist du mir auf Instagram gefolgt? ja nein noch nicht aber das kann man natürlich ändern ok dann schreib mir mal weil sonst erkenne ich dich sonst kenn ich mich nicht aus wer du bist Moment 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 Mikro Letta bist du Italienerin? wir haben über Filme geredet oh mein Gott ihr zeigt auch mein Instagram im Stream haha ok ich folg dir das ist vorgebracht ich folg dir jetzt offiziell also es wie ich bearbeite by the way meine Bilder nicht mehr ich hab ich hab ich du hast es auch nicht nötig deine Bilder zu bearbeiten weil du bist eine Naturschönheit oh ich hab einfach einen Follower wie heißt du? ich heiß der Moji auf Insta ah I got you I got you I got you der Moji ja ich hab dich erkannt ok ich folg dir zurück gut ja dann äh schreib mir von der Nachricht äh ich würd sagen wir unterhalten später ich stream jetzt noch ein bisschen dann später ein bisschen Kaffeekränz hier zusammen im Chat äh ich wir gucken einfach mal was passiert ok? ok viel Spaß noch ich liebe dich bis dann ok Freunde wir gehen jetzt raus das war's wir gehen jetzt raus oh mein Gott uff Bro wilde Nummer gewesen Digga ne ganz wilde Nummer gewesen grad haben das war's dr